Willkommen zurück zu Flight Pilot Simulator. Ihr seht, ich habe ein bisschen mehr Geld. Ich habe im Freiflugmodus etwa eine halbe Stunde gespielt und Geld gesammelt. Das brauchen wir bei dem Speziallevel Escorte. Ja, da müssen wir nämlich ein Jet kaufen und der kostet etwa 620.000 und durch diese Mission hier, Fallschirm, bekommen wir auch noch genug, weshalb das kein Problem wird. Und dazu brauchen wir dieses Flugzeug hier. Ich freue mich nicht da drauf, okay? Ich freue mich einfach nicht da drauf. Ich mag dieses Level nicht. Guten Tag, Pilot. Warte auf die Autorisierung. Start autorisiert. Das Flugzeug ist langsam, es ist schwer zu steuern, es ist schwer. Es hat nichts von dem, was ich mag. Gut gemacht. Begib dich nun in den vorgesehenen Bereich und wirf die Fallschirmspringe ab. Kontrollpunkt. Okay, ich dachte schon, wir kriegen den Stern nicht wie in der letzten Folge. Abwerfen. Seniorkapitän. Oh, und ich glaube, wir hätten das gar nicht gebraucht, dass ich im Freiflugmodus Geld sammle. Ja, toll. Ja, toll. Stopp. Weg. Tschüss. Verlassen. Jetzt haben wir zwei Lottery Spins. Keine Ahnung, warum ich nicht mehr habe. Ist ein bisschen komisch. Ja, hier 620.000. Können wir uns inzwischen locker leisten. Eskorte. Eskortiere die Air Force. Bleib dicht dran. Das ist dasselbe wie Jagd, nur nochmal schwerer, weil wir sind viel schneller und ich stürze ab. Tschüss. Okay. Neuer Start. Ich muss langsamer fliegen. oder ganz stark lenken. Ja, ganz stark lenken. Klappt auch. Lenkt doch. Nein. Das Flugzeug will nicht lenken. Ich kann mit dem Jet einfach nicht lenken. Hilfe. So, jetzt aber schnell wieder einholen. Seht ihr, wir sind hier wieder viel zu dicht dran. Wir holen das Flugzeug so schnell wieder ein. 2.000 Fuß. Ah. Wir entfernen uns. Ich flieg mal ein bisschen schneller. Nur ein bisschen. Ja, noch ein bisschen. Komm. So ist in Ordnung. Jetzt kommen wir langsam wieder näher. Äh, das ist ein bisschen zu viel näher. Jetzt sind wir wieder zu weit weg. Flieg näher ran. Dann. Komm schon. Wir müssen den Stern einsammeln. Da. Stern. Komm. Komm zu mir. Ja. Jetzt müssen wir wieder in die andere Richtung drehen. Zum Flugzeug. Und gleich landen wir. Zum Glück. Dub紹介する ab. Viel zu nah. Viel zu nah. Viel zu nah. Viel. Viel zu nah. Viel zu nah. Viel zu nah. So. So, wir sind zu langsam. So, gleich sollte ich es geschafft haben. Ach, geschafft endlich. Lande mit dem Präsidenten. Ah, hochziehen, 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 komm, zieh hoch, zieh hoch mit dem Jet, zieh hoch. So, einfach landen. Noch ein bisschen weiter rollen, hinter das Flugzeug. Reicht. Ah, noch ein bisschen näher. So, bremsen. Geschafft. Fortfahren. Ne, Klasse freigeschaltet. Ich vergesse immer wieder das WLAN auszumachen. Damit keine Werbung kommt. Na, egal. Meister. Ich hasse Meister. Das danach ist mir lieber. Tankenflug. Das wird echt kompliziert. Ich nehme dazu aber nicht den Jet, sondern... Ne, der ist soweit ich weiß zu langsam. Wir müssen nämlich ein Flugzeug finden, was etwa... Etwa so schnell ist wie der hier. Und ich glaube... Ja, ich nehme den Leerjet. Los geht's. Ja, ich nehme den Leerjet. Los geht's. Und dabei nicht zu schnell werden. Und wir sind zu schnell. Ich kann... Ich kann gleich neu starten. Als ich das... Davor mal gespielt habe. Das war so schwer. Den richtig einzuholen und in der Box zu bleiben. Das Schlimme ist, wir müssen da eine gewisse Zeit drinnen bleiben. Und wir haben eine Zeitbegrenzung. So. Komm schon. Werd langsamer. Hallo? Ach so. Okay. Kamera, dreh dich. Bitte. So. Jetzt wieder schneller werden. Komm schon. Werd schneller. Jetzt wieder langsamer. Komm, komm. Ja, ja. Langsam, 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 langsam. Wir sind wieder raus, wir sind wieder raus, wir sind wieder raus. Wieder schneller. Wir fliegen rückwärts in die Kiste rein. Komm. Komm, komm. Komm schon, wir haben nur noch 38 Sekunden. Ja, das ist schön, das ist schön. Bisschen schneller, bisschen schneller, bisschen schneller. Geschafft. Ach, Glück gehabt. So, Sturzflug überspringen wir erstmal. Ich mag Sturzflug überhaupt nicht. So. Als nächstes, nächtliche Rettung. Los geht's. SOS. Warte mal. So, ich hab mein Smartphone nicht richtig gehalten. Ihr kennt's ja. Fliege durch den Ring, um die Position zu bestätigen. Ich weiß nicht genau, wo der ist, aber irgendwo vor mir auf jeden Fall. Hallo? Jemand da? Oh Gott, da unten. Ah. Okay, hoch. Was? Nein. 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 Weiter links fliegen. Wir müssen von links an fliegen und dann nach rechts ziehen. So, irgendwie. Ich weiß nicht genau, wie ich da fliegen soll. So. Hier einmal über den Hügel. Und dann runter. weiter. Hallo? Ist da jemand? Ja, so sieht's schon mal besser aus. So. Hoch. Und dann müssen wir da hinten landen. Können wir nicht einfach umdrehen? Ich mein, wir sind gerade eben am Anfang über den Flughafen drüber geflogen. Der ist doch viel näher. Naja, ich bin nicht der Spieleentwickler. Ich kann daran nichts ändern. Wenn ich hier landen soll, lande ich halt hier. So, ich geh schon mal ein bisschen runter mit dem Gas. Versuchen wir mal eine ganz sanfte Landung. So. Machen wir das jetzt mal ganz runter. Oh mein Gott. Wir sind fast aufgeknallt. So. Einfache Geschwindigkeit. Und hochziehen. Komm. 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 Oh. Das war schön. Es war wirklich eine schöne Landung, muss ich sagen. Ganz langsam. Okay, Leute. Ich glaub, das reicht fürs Erste. Die Folge ist schon vorbei. Äh, drehen wir zweimal. Jäger 104. Jäger 104. Ich hätte gern diesen, diesen Beach King R da drüber. Der kostet nämlich 15 Millionen oder so. Den braucht man beim allerletzten Level. 50.000 Münzen. Diesmal war ich da drüber. Komm schon. Ah, Mann. Naja, egal. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss.